You can't stop this, I'm starting in time WTF Flori Schreit einfach Flori Flori ist vor mir, was ist das denn, Alter? Ich glaube ich bin noch besoffen, was ist das denn? Junge, ich hätte ja noch langsamer fahren können mit den Softs, ey Alter Wie soll's Flori sehen dann? Aber Flori kann stolz sein auf seine Leistung, meine Damen und Herren Ja, auf jeden Fall Jungs, 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 was passiert nur mit dieser Liga? Alter, ich hab da zwei Zehntel verloren, ne? Digga, du bist in der besten Position, was ist dein Problem? Der erste kann sich nicht verteidigen auf der Graben Ja, schon klar, aber trotzdem hätte ich gerne Paul bekommen Mich würde mich freuen Toll Okay, Chris hat auch keine richtige Runde gefahren Flori 8er, das ist sehr respektabel auf jeden Fall Nein, ich bin 9er, ich bin 9er, aber Stefan kriegt noch 5 Plätze Der startet dann von 12 Ich rück auch noch einen vor, sehr schön Das heißt, ich muss Flori überholen Und Roland Das heiße Starte von 10 mit frischen Reifner, das lässt sich doch gut ansehen, Hammer Boah Sehr geil Ja Alter Alter Flori auf die Platz Team Arbeiter Stimmt, der ist ja statt von 7, ne? Wegen der Strafe Krass, Alter Ja Nicht, dass der irgendein Scheiß war, oder? Ich hoffe nicht Ey, ich weiß doch gar nicht, wie sich das anfühlt wieder mal, Alter Neuland für mich Oh schade, Chris Von 8 Los Männer, ihr macht das Auf geht's Männer Ne, los geht's Christiano wird in Turn 1 schon probieren, um hier vorbeizufahren Oh, ich hab die Innenbahn, ne? Ich wollte eigentlich auch die Innenbahn Alter, oh ruuusch, Jungs Das wird... Viel Glück Okay, ja, alles klar Männer, viel Glück Ja, viel Glück Los geht's Alter, ich hätte fast zu früh losgelassen, weil Chris ein Jumpstart hatte Ich hatte einen Schwederen, Scheiße Cooler Leck Oh, Jeff Jeff dreht sich Dann hat Jeff berührt Ja Jeff ist auf 10 zurückgefallen Was'n Start, Alter, von 10 auf 6, Jungs Alter Das ist ein 2er Ne Knukel haut dich raus Ach du Scheiße, was ein Start Christiano ist zwölfter, lol Nice Lobby ist abgestürzt, schreibt Chris Ja Habt ihr es eben gelesen? Ja, habe ich da ist alle aufgeben da ist von mich in turn 1 ob er mache so am legen einer war war es so am legen ja alter die lobby legt als hat es behindert man ja war machig ab generell an sich also dann soll nukes maul halten mit meiner leitung heute habe ich überhaupt kein problem mit der leitung oder wichser vielen dank vielen dank aber bis ins wlan refresh neu verbundene ich habe sie untersteuern kurz der doktor nucke alter ich weiß nicht was mit meinem auto los ist ne alter man ist auch voll am rutschen ja das komplett anderes fahrfeeling was ist das alter meine reifen zu dreckig meine reifen zu dreckig das ist so bullshit rein boah mach kein scheiß hier alter timo man alles gut ja ja oh jeff ist on a mission oh side by side nucke oh god das kann doch kein gut gehen oder ich habe keine dirty air jetzt aber ich habe dirty air alter jungen überholst du hast du fast durch den schreiter alles klar jeff ja komm überholen nucke jetzt können die alle nicht fahren plötzlich was machen die denn man schön mal so behindert fahren die jawoll ja nucke du was die man schön mag es alter schönes duell das hängt sich mit rein jetzt das mit dir ein schönes dreierduell oh die three runs wide ich bin irgendwie gerade nämlich so auf spannung alter schweiß ne junge du musst mich mal fahren sehen so schlecht unglaublich ich weiß nicht ob ich den reifendruck überhaupt geändert habe also so wie ich ihn davor hatte dann ist der nämlich jetzt so scheiß eingestellt ja junge ich komme nicht mehr durch die kurve durch hä mit meinem setup los der erste ich bin vierter boah der ist jetzt viel weiter alter nuckel total der substream alter so wie sie dir aussehen schönes bettel hier ja moin schmalkopf schießt mich ab junge junge ihr fahrt alle wie behinderte man spaß dies nicht alle haben wir jetzt aber alle 22 runter boah chris zieht links rüber boah boah chris war auf dem gras chris war links neben so bin ich nach rechts gefahren boah jetzt hier schönes rad an rad betteling hier das ist was die moderne freunde sehen wollen ja geil maxa ich bin weiter bis auf die auslaufzone gekommen ah shit das ist vorbei die jungs jetzt gewinnt christian übrigens das rennen ne ja ja weil der auf den softs war so lächerlich alter aber einfach am ende die idioms so behindert man jetzt mal ganz im ernst der aktien der forschung auf die höchste ich will sehen wie der am ende ist also am ende der runde ich will sehen wie der am ende der runde ich will sehen wie der am ende der runde ich will sehen wie der am ende der runde der ist ja vorbei hör mal ich muss die vor mir einfach nur undercutten ne reifenstatus reifenstatus ich hab englisch man ich hoffe ich komme jetzt an chris vorbei mit der rs ich glaube ich habe schon eine 13 oder 14 der abstatt zum auto vor dir beträgt 1,2 sekunden ja ich komme hinter chris raus da ist das kleine problem ne kommt schon jungs 2,7 oh irgendjemand ist in die box gut bin drin alles klar oh shit ich dachte es ist alo komm ich komm vor alo raus komm schon komm schon komm schon komm schon ich habe einen undercut gegenüber chris war nicht schlecht der overcut gegen christian hat funktioniert ne bis vorher christiano ok ja der wurde von ein bisschen also ich bin hinter ihm aber ich habe Zeit gewonnen ok ja der wurde ein bisschen durch mich aufgefallen weil er hinter mir war nice das ist deine letzte runde die letzte runde des renns ich glaube nicht so geil ne das ist deine letzte runde die letzte runde des renns ja aber auch da gibt es noch ein podium für den luca mal gute punkte für renault alter ja wichtige punkte aber lucas hat vielleicht auch ne ja schön zum auto vor dir beträgt eh wichtige punkte für renault ja voll in der lücke alter also mclaren ist eigentlich kein gegner mein team kollege habe ich letztes mal überholt wer ist denn jetzt noch vor mir ich denke roland gegen roland ist ein guter gegner weil den auf den müsste ich jetzt gut aufgeholt haben da jetzt nach dem rennen also so top 10 der konzentriert werden äh ferrari doch ja ferrari wenn daniel nächstes mal wieder mitfällt soll es gut aussehen christian bleibt dritte was eine krasse lücke ey boah habe ich aber auch nicht eine lücke raus gefahren ja ich habe langsam gemacht ich habe die reifen geschont und habe abgesehen steff kommt da dran deswegen habe ich das glaube ich jetzt zu ende gefahren jawoll p6 sind gute punkte jawoll mein bestes saison wie jedes ist da war ich eigentlich mein besten das kann auch noch na nuckel dass du letzter bist du spaß das hast du so verdient man und keine strafe alter sehr sehr gutes ich hatte eine aber naja am ende habe ich nicht mehr drauf hätte ich das gewusst dann hätte ich mehr gepusht na egal ich habe es extra nicht gesagt ne mann ich hätte sowieso keine chance mehr gehabt du bist so weggezogen ich habe dann geschont ja war gut war gut ja schönes rennen hat Spaß doch mal ein guter abschluss am ende ja männer wir verabschieden uns aus belgien gutes ergebnis für deki ist leider ein bisschen enttäuscht mit p2 war ja sag nicht dass meine anwendung jetzt gecrasht ist oh please not nicht genügend freier speicherplatz oh ha ja männer gibt es von eurer seite noch was zu sagen nein schönes rennen war ein schönes rennen auf jeden fall deki ist leider etwas enttäuscht mit p2 da wäre mehr drin gewesen aber trotzdem gute punkte ja max ist zufrieden ich bin zufrieden mal sehen wie es im nächsten rennen wird es wird dann gleich noch gezogen haut rein ciao ciao ciao